Fashion-Blogger? Was ist das eigentlich genau? Klar, man hat seine persönliche Website und postet aus Social-Kanälen. Hinter den ganzen Posts steckt aber die Arbeit von nicht nur einer Person, sondern die einer Bildredakteurin, einer Stylistin, einer Strategin, eines PR-Agenten und einer Projektmanagerin. Man macht sich selbst zu seiner eigenen Marke. Also das Tolle am Blogger-Dasein ist natürlich eben wirklich, dass du viel unterwegs bist. Du reist wahnsinnig viel, du bist auf vielen spannenden Events eingeladen, aber es wird einem nicht vor die Füße geschmissen, sondern man muss es sich irgendwie auch verdienen und dafür viel tun. Ich schlaf jetzt. Gute Nacht. Ich möchte in dieser Serie einen Einblick in mein Berufsleben geben und zeigen, was es bedarf, innerhalb dieser Branche heutzutage erfolgreich zu sein. Man hat sich kaum verändert. Also die künstlerische Eingebung hat sich schon in frühen Jahren geebnet bei mir. Oder aber, was ich auch sehr schön finde, ist meine Stilsicherheit in jungen Jahren. Also vom Posing würde ich mich am liebsten hier einordnen. Irgendwie so. Posen zu können und einen guten Stil zu haben, ist natürlich wichtig. Aber essentiell finde ich immer noch, buchwertige Inhalte zu produzieren. Wenn ich mir überlege, welche Inhalte ich kreieren möchte, lasse ich mich inspirieren von zum Beispiel meinen Lieblingsfotografen wie Jürgen Teller, dessen Bildsprache ich sehr bewundere und sehr mag. Da arbeite ich dann sehr gerne mit meinem Fotografen zusammen, der eben auch dieses Auge für die gleiche Bildsprache und Ästhetik hat. Dann gehen wir das einmal durch, besprechen, wie wir welchen Look shooten wollen. Bei der Auswahl meines Outfits achte ich eigentlich immer darauf, dass ich mir ein Keypiece raussuche und konzentriere mich dann eben auf dieses eine Stück. Der Rest ergibt sich dann daraus. Bei dem heutigen Shooting habe ich mich für die Mars entschieden als Fotograf, weil er eigentlich eben auch aus der Moderichtung kommt und sonst auch gar nicht so viel mit Influencern oder Bloggern zusammenarbeitet und wir dadurch die Möglichkeit haben, neue Inhalte zu kreieren. Ich mag es gerne vor der Kamera zu stehen, weil ich mich freue, dass ich gute Bilder kreieren kann für meine Seite und es mir Spaß macht, dann damit auch kreativ umzugehen. Man muss sagen, wenn man anfängt, dann ist das, glaube ich, ganz normal, dass man sich ein bisschen unsicher fühlt. Man weiß nicht ganz genau, wie man sich positionieren soll. Auch zu wissen, welche Bildsprache will ich da bedienen und wie muss ich mich dazu hinstellen. In der Funktion bist du ja eigentlich fast wie eine Art Model. Am Anfang war mir das auch ein bisschen unangenehm, aber mit der Zeit lernt man, so wie man alles lernen kann. Ich arbeite schon am liebsten mit meinen Fotografen zusammen, mit denen ich öfter zusammenarbeite, einfach weil da das Zusammenspiel super, super wichtig ist. Der Fotograf weiß, welche Winkel dir stehen, welche Winkel du auch magst, für die Bilder, die du dann überhaupt erst veröffentlichst. Nach dem Fotoshooting hört das Ganze natürlich nicht auf. Nein, danach geht es an die Bildbearbeitung und dabei ist mir natürlich auch Professionalität extrem wichtig. Bei der Bildbearbeitung ist es für mich immer wichtig, dass die Natürlichkeit vorhanden bleibt, dass man nicht zu viel retuschiert. Und ich finde es immer wichtig, dass man einen eigenen Look kreiert und den auf die Bilder legt. Also für Fotografen in der Branche ist es meistens etwas Neues, die Bilder ohne Look abzuschicken, weil das natürlich meistens zur Arbeit des Fotografens dazugehört. Dadurch, dass das eben in den Feed passen muss und in das Gesamtbild und Image, mögen die das lieber unbearbeitet und passen das gerne selber an. Und ich glaube, da ist das auch eben für Fotografen, die sonst eigentlich aus dem Modebereich kommen, erst mal ein Umdenken. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach. Also das ist eine Vertrauensebene, auf der man arbeitet. Meiner Meinung nach braucht man gute und teure Programme, um die Bilder zu bearbeiten, weil man halt auch viel mehr die Feinheiten rausfiltern kann. Dadurch, dass ich dann irgendwie viel on the go bin, dann ist es halt super praktisch, das alles vom Handy aus machen zu können. Für diesen Bereich, muss ich sagen, reicht es auch vollkommen aus. Wenn man jetzt größere Produktionen hat, die dann vielleicht in den Printbereich gehen sollen oder digital größer aufgezogen werden, stimme ich dir absolut zu. Bedarf es dann wirklich professionellen und auch teureren Programmen. Mit dem eigenen Shooting endet das Ganze natürlich nicht. Der richtige Spaß fängt erst dann an, wenn man auf Reisen geht und mit Marken im Ausland oder in anderen Städten schöne Projekte umsetzt.